Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Wie geht's euch? Hm? Was ist los? Was geht gerade ab bei euch? Wie fühlt ihr euch? Was geht euch durch den Kopf? Warum könnt ihr nachts nicht schlafen? Erzählt's mir. Ich für meinen Teil, ja, versuche, glaube ich, gerade so einiges an Gedanken zu verdrängen. Versuche viel, auf die Suche nach was Positivem zu gehen. Klappt's? Angesichts der aktuellen Situation ja nicht immer. Ich denke, vielen von euch geht's genauso. Also, und es ist okay, sich hin und wieder abzulenken. Es ist okay, diesen Schwall an negativen Gedanken auch einfach mal für eine Zeit beiseite zu schieben. Das hält sonst keiner aus. Wichtig ist aber, dass wir uns alle informieren und, ja, irgendwie gemeinsam das Ganze durchstehen. Und ich wollte gar nicht so melancholisch in dieses Video starten. Verdammt, ich bin ja eigentlich dafür da, dass es euch gut geht. Und, ja, um euch kurz mal aus der Realität so ein bisschen rauszuziehen. Aber am Ende, ja, bin ich auch ein Mensch und habe auch so meine schweren Gedanken, die ich natürlich gerne auch mit euch teile. Aber, ja, ganz, ganz besondere Grüße gehen heute an alle Hannoveraner raus. Wir werden uns nämlich einen Fall aus Hannover angucken, der glücklicherweise schon etwas her ist. Aber dafür umso brutaler. Ich weiß nicht, ob ihr ihn schon kennt, alle, die ihr aus Hannover kommt. Ich möchte heute nämlich mit euch über Fritz Hamann reden. Auch genannt der Werwolf von Hannover. Friedrich Heinrich Karl Hamann, der von allem nur Fritz genannt wurde, kommt am 25. Oktober 1979 in Hannover zur Welt. Er hat insgesamt fünf Geschwister und während sein Vater sehr streng und autoritär erzieht, verhätschelt seine Mutter ihn komplett. Fritz erlebt seinen Vater als sehr brutal und gewaltsam. Regelmäßig ist er aggressiv und verprügelt die Mutter von Fritz. Und als Fritz irgendwann damit anfängt, lieber Mädchenklamotten zu tragen als Jungskleidung und lieber mit Puppen zu spielen als mit den anderen Jungs auf der Straße umherzurennen, kriegt auch er den Zorn des Vaters zu spüren. Immer wieder wird er für seine weiblicheren Züge, für seine sanfte und sensible Art verprügelt und kritisiert. Und dadurch entwickelt Fritz schon im frühen Alter ein komplett gestörtes Männlichkeitsbild. Männer müssen brutal sein, aggressiv. Sobald sie Gefühle zeigen und sensibel wirken, sind sie schlecht und schwach. Und so fängt auch in Fritz schon früh eine brutale und gewaltsame Seite an heranzuwachsen. Diese wird im Laufe seines Lebens immer mehr zum Vorschein kommen und ihm später dann auch Spitznamen wie der Werwolf oder der Vampir verschaffen. Er fängt an, kleine Grausamkeiten als witzig zu empfinden. So hat er Spaß daran, seine Schwestern zu fesseln und ihnen dabei zuzugucken, wie sie versuchen, diese Fesseln verzweifelt zu lösen, wie sie schreien und sich winden. Außerdem liebt er es, in der Nachbarschaft nachts umherzustreichen und an die Fenster zu klopfen. Trotzdem ist er eher introvertiert. Also obwohl er sich seine brutalen Späßchen da erlaubt, wirkt er nach außen hin brav und still. Fritz sagt später aus, dass er von seinem Lehrer damals missbraucht wurde und er bleibt zweimal sitzen. Ansonsten ist er jedoch super unauffällig. Bis dann die gute Pubertät anklopft und ich meine, wir kennen das ja alle in einem gewissen Rahmen, dass dann, wenn die Hormone anfangen zu sprießen, die ein oder andere kuriose Idee mit heranwächst und man anfängt, sich wirklich wie so ein kleiner Primat zu verhalten. Und im Fall von Fritz nimmt das aber noch viel krassere Züge an, als hoffentlich bei den meisten von uns. Ihm fehlt jegliche Disziplin, Schule ist noch weiter weg als zweitrangig, also da hat er gar kein Interesse mehr dran und er fängt auch an, sich seinen Eltern zu widersetzen. Er beginnt Diskussionen, im Haushalt der Hermanns wird es zunehmend aggressiver und irgendwann bricht er dann die Schule ab. Dann macht er als erstes eine Lehre zum Schlosser, aber auch diese wird er wieder abbrechen. Mit 15 Jahren geht er dann zum Militär und das ist eigentlich eine sehr gute Zeit für Fritz, denn da gibt es Struktur, da gibt es Leute, die ihm sagen, was er mit seiner Energie, mit seinem Tatdrang zu tun hat, wo er die kanalisieren soll, wo er die reinstecken soll und das scheint seinem unruhigen Gemüt gut zu tun. Und tatsächlich wird er ein guter Soldat und ein freundlicher Kamerad, also ist überall beliebt und ja, für sein Fleiß bekannt. Außerdem gilt er als attraktiv, er ist schlank, er hat eine weiche Stimme, wird immer wieder beschrieben, dass er so einen ganz weichen Klang hat und kommt gut an. Irgendwann während einer militärischen Übung kippt Hermann aber plötzlich um, von einer Sekunde auf die andere. Und die Ärzte vermuten, es sei so etwas wie ein Anfall gewesen, Epilepsie oder etwas ähnliches. Und sie fangen an, ihn zu untersuchen. Fritz Hermann geht zu etlichen Ärzten. Er ist auf der Suche nach einer Diagnose, nach jemandem, der ihm helfen kann, aber das erweist sich als gar nicht so einfach. Ihn plagt das Gefühl, dass etwas mit ihm nicht richtig sei, dass etwas mit ihm nicht stimmen würde. Und heutzutage würde man ihm wahrscheinlich eine traumatische Belastung, eine psychische Störung ausgelöst durch Traumata in der Kindheit diagnostizieren. Aber so weit war man damals noch nicht. Und eine Diagnose, die Fritz dann irgendwann erhält und ihn auch sein Leben lang begleiten wird, ist die sensibel ausgedrückte Diagnose Schwachsinn. Ja, das war damals wohl ein häufig benutzter und medizinischer Ausdruck. Der ist schwachsinnig. Nice. Gerade mal sechs Monate später wird Fritz dann auch aus der Armee entlassen, aufgrund dieser Krankheiten. Man weiß eben nicht, was mit ihm ist und trennt sich deswegen von seinem Dienst. So geht es für Fritz erstmal zurück zu seinen Eltern. Und er beginnt damit, für seinen Vater in seiner Zigarrenfabrik zu arbeiten. Doch das Ganze lässt ihn deprimiert und traurig zurück. Das ist nicht das, was er sich für sein Leben vorgestellt hat. Um ein bisschen Energie abzulassen oder seinen Gedanken freien Lauf zu geben, fängt er damit an, nachts in Gassen herumzustreunen. Er schaut durch Fenster, er beobachtet die Menschen und vertreibt sich dort die Zeit. Allmählich fängt er auch mit kleinen Verbrechen an. Die nehmen jedoch immer brutalere und schrecklichere Ausmaße. So fängt Fritz irgendwann damit an, sich in dunklen Gassen zu verstecken und darauf zu warten, dass Jungen an ihm vorbeilaufen. Gerade Jungs, die alleine sind, die Erledigung für ihre Eltern machen oder alleine auf der Straße spielen, werden häufig zu Fritz opfern. Er lockt sie an mit seiner weichen und charmanten Stimme und wenn sie ihm einmal vertrauen, packt er sie und missbraucht sie in einer dunklen Ecke. Monatelang geht das so und keiner hindert ihn daran, denn die Jungs sind traumatisiert, absolut verstört und damals war das ja auch noch eine Zeit, wo gerade über Homosexualität nicht gesprochen wurde. Das Thema an sich war dermaßen tabu und dann noch darüber zu reden, wie sehr einen das traumatisiert hat, von diesem Mann missbraucht worden zu sein, das war für die Jungs zu viel. Und das hat dazu geführt, dass Fritz über Monate hinweg da sein Unwesen treiben konnte. In 1896 traut sich aber einer der Jungs etwas zu sagen. Er ist der Erste und das führt dazu, dass Fritz zum ersten Mal verhaftet wird. Mehrere Monate lang verbringt er nun im Gefängnis und kaum ist er frei, wird er ein nächstes Mal gepackt. Diesmal kommt er in ein Krankenhaus und wird noch einmal untersucht. Und hier wird dann die grandiose Diagnose ausgesprochen, dass Fritz Hamann schwachsinnig sei. Dieser Schwachsinn sei unheilbar und der damals 17-jährige Fritz Hamann soll in eine Nervenklinik kommen und dafür unbestimmte Zeit bleiben. Diese Zeit muss den jungen Fritz Hamann unglaublich geprägt und traumatisiert haben. Es ist etwas, was er immer wieder erwähnt und was ihm später eine absolute Angst vor Ärzten und Krankenhäusern verschafft hat. Denn an ihm sind irgendwelche Tests oder Untersuchungen durchgeführt worden. Etwas, worüber er nicht genauer gesprochen hat, was ihn aber unglaublich verstört hat. Was er genau erleiden musste, werden wir deshalb nie erfahren. Aber es hat dazu geführt, dass Fritz das alles nicht ausgehalten hat und ausgebrochen ist. Er flüchtet in die Schweiz und beginnt dort als Werftarbeiter zu arbeiten unter falschem Namen und falscher ID. Und das waren so Sachen, die haben früher besser funktioniert als heute. Heute mit dem Lichtbildausweis und den Regenbogenfarben und den Einstanzungen und was weiß ich, das lässt sich alles nicht so leicht fälschen. Zumindest nicht für ein Laie wie mich. Aber ich weiß ja nicht, welche Ganoven da gerade zugucken. Aber damals, es war eine andere Zeit. Damals konntest du ausreißen und irgendwo ein neues Leben beginnen. Die Dokumentationen waren eine andere. Die Bürger waren nicht so niedergeschrieben, wie das heute ist. Wow, ich drücke mich echt schlecht aus gerade. Aber ihr wisst, was ich meine. Es war ihm möglich, unter neuer Identität einfach irgendwo anzufangen. Für Fritz ist aber klar, er möchte zurück nach Hannover. Und das schafft er auch. Er tastet sich langsam wieder ran und kann irgendwann einfach nach Hannover zurückkehren, ohne dass jemand was bemerkt. Und da fängt er dann auch was mit einer Nachbarsfrau an und schwängert sie sogar. Sie wird das Kind später abtreiben. Die beiden bleiben aber trotzdem erstmal ein Paar. Im Jahre 1900 wird Fritz dann als Soldat eingezogen und dient ein Jahr lang dem Militär ohne Zwischenfälle, ohne irgendwelche Besonderheiten und gilt als guter und treuer Soldat. Diese Zeit endet für ihn aber abrupt, als er wieder anfängt, Ohnmachtsanfälle und epileptische Anfälle zu bekommen. Und er erhält deswegen auch eine neue Diagnose. Diesmal wird Schizophrenie festgestellt. Als Fritz dann damals nach Hause zurückkehrt, nach Hannover, stellt er fest, dass seine Mutter in der Zeit verstorben ist und gerät in wahnsinnige Konflikte mit seinem Vater. Dieser hat nämlich nichts für Geisteskrankheit übrig. Äh, ne, das sind nicht meine Worte, ich hoffe, das ist klar. Sein Argument ist nämlich, dass Fritz einfach zu faul wäre zum Arbeiten und sich deswegen mit solchen Vorwänden, ja, ein bisschen rausreden wolle. Dann fangen sie auch damit an, sich gegenseitig anzuzeigen. Das ist nicht so richtig wichtig für den weiteren Kontext, das spielt später keine Rolle mehr. Aber Vater und Sohn sind so zerstritten, dass sie dann gegenseitig Anzeige erheben. Durch diese Anzeige kommt es jedoch zu einer erneuten Untersuchung von Fritz. Diesmal diagnostiziert man ihm, dass er moralisch minderwertig und von geringer Intelligenz sei. Psychisch, aber absolut stabil. Diese milde Diagnose verhindert weitere Schritte gegen Fritz Hamann. Hätte man ihm damals etwas schwerwiegenderes diagnostiziert oder gesagt, dass er eine Gefahr für die Menschheit ist, so wäre er wieder in einer Nervenheilanstalt gelandet. So blieb er aber ein freier Mann. In der nächsten Zeit beginnen Vater und Sohn Hamann damit ein Fischgeschäft zu leiten. Fritz übernimmt diese Leitung irgendwann dann auch ganz und verlobt sich ein weiteres Mal mit einer Dame. Diese Verlobung wird aber auch wieder aufgelöst. Er sei ein wahnsinnig unaufmerksamer Partner. Das würde mich auch nerven. Da hast du keine Lust mehr, ne? Außerdem erhält Hamann eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom Militär, weshalb er Rente kassiert und nicht mehr arbeiten muss. Die ganze Zeit über streunt Fritz übrigens noch weiter auf den Straßen rum. Das war etwas, was seine damalige Verlobte auch gestört hat. Sie sagt, abends ist er immer so spät erst nach Hause gekommen. Ich habe keine Ahnung gehabt, was er gemacht hat. Aber Fritz war eben in den dunklen Gassen unterwegs. Die nächste Zeit verbringt Fritz damit, kleinere und größere Diebstähle zu begehen, sich zwischendurch mal Komplizen zu suchen, diese dann aber wieder fallen zu lassen. Und jedes Mal, wenn er in eine andere Stadt zieht, ist das nicht von langer Dauer. Und alle Wege des Fritz Hamanns kehren zurück nach Hannover. Dort ist er mittlerweile übrigens ein bekanntes Gesicht. Man kennt ihn von den Straßen, man kennt ihn vom Hauptbahnhof. Denn dort vertreibt er seine ganze Zeit. Er ist auf der Suche nach kleinen Jungs, wie er selber sagt. Vor allen Dingen nach homosexuellen Jungs, nach Ausreißern, nach Männern und, ja, jungen, sehr jungen Männern, die kein Zuhause haben und alleine unterwegs sind. Diese sind nämlich für ihn leichte Beute. Er beobachtet sie, er muss sicher gehen, dass sie alleine unterwegs sind. Er fängt oft auch an zu fragen, wie es mit der Familie aussieht. Wenn er einen kleinen Jungen sieht, der ihm gefällt, dann fragt er, wo sind deine Eltern? Und wenn diese Jungs ihm Antworten geben, die darauf schließen lassen, dass das Umfeld eigentlich keine Ahnung hat, dass er hier gerade rumstreunt und sich eigentlich keiner so wirklich für ihn interessiert, dann ist das für Fritz das Kommando, ihn mit nach Hause zu nehmen. Er bietet den Jungs und den Männern einen Schlafplatz an. Er sagt, sie können bei ihm wohnen, solange sie wollen. Und sobald sie sich darauf einlassen, sobald sie seine Wohnung betreten, schließt er die Tür ab, überrumpelt sie, vergewaltigt sie oder tötet sie sogar. Nebenbei verdient er sich immer weiter sein Geld mit Diebstählen und dem Verkauf der gestohlenen Ware. Und das Bizarre ist, dass die Polizei jetzt anfängt, Fritz Hamann als Spitzel einzustellen. Klar, irgendwo war ihnen bewusst, dass er ab und zu mal was stiehlt und dass er so ein zwielichtiger Geselle ist, aber er kannte alle und ihn kannten alle. Er war Hannovers Gesicht zu der damaligen Zeit, er hatte alles im Blick, die ganzen Viertel, den Hauptbahnhof, das war seine Zone und für die Polizei war das perfekt. Jemand, der in der Szene bekannt ist, dem alle vertrauen, so jemanden brauchten sie für Informationen. Und dadurch, dass Fritz Hamann sich so charmant und lieb gegeben hat und, wie gesagt, diese weiche Stimme hatte, schien es so, als würde die Polizei immer mehr vergessen, dass es eigentlich ein Krimineller war. Das wird übrigens später noch dazu führen, dass Hamann immer waghalsiger wird, weil er das Gefühl hat, ich kann mir alles erlauben. So lernt er im September 1918 zum Beispiel den 17-jährigen Friedel kennen. Friedel ist damals von zu Hause weggelaufen und Hamann macht den großzügigen Gönner. Er sagt, ich bin Kriminalbeamter, mir kannst du vertrauen und brauchst du einen Unterschlupf, brauchst du etwas, dann komm zu mir, gar kein Problem. Und so fängt Friedel an, Hamann immer mehr zu vertrauen. Regelmäßig geht er zu ihm in die Wohnung, er stellt ihm sogar seine Freunde vor, seinen gesamten Bekanntenkreis und lässt Hamann in seinen engsten Kreis rein. Eines Abends, die beiden sind wieder in Hamanns Wohnung, möchte Hamann Sex mit Friedel haben. Dieser lehnt jedoch ab, doch Hamann akzeptiert kein Nein. Er fängt an, Friedel zu vergewaltigen und während des Aktes beißt er ihm in den Adamsapfel. Anschließend, als Friedel verblutet ist, zerstückelt Hamann seine Leiche auf brutalste Art und Weise, packt die Teile in Koffer und vergräbt diese. Als die Freunde von Friedel langsam bemerken, dass Friedel nicht mehr zu den Treffen kommt, dass man ihn nicht mehr auf der Straße sieht, sagen sie der Polizei, dass er zuletzt bei Fritz Hamann war. Schon damals hat es also diese Beweise und Hinweise in Richtung Fritz gegeben, doch die Polizei will davon nichts hören. Also machen sich Friedels Freunde jetzt selber auf die Suche. Sie suchen nach Fritz Hamann, finden seine Wohnung und geben der Polizei dann praktisch die Adresse und alle Beweise und sagen, bitte, wir haben Ihre Arbeit gemacht, Sie müssen ihn nur noch verhaften. Dankeschön. Und so kommt es dann dazu, dass die Polizei die Wohnung von Fritz stürmt und man findet ihn mit einem nackten 13-jährigen Jungen in seinem Bett. Daraufhin wird Fritz Hamann wegen sexueller Nötigung zu neun Monaten Haft verurteilt. Er umgeht diese Strafe aber einfach dadurch, dass er umzieht und eine neue Anschrift hat und man ihn deswegen nicht mehr finden kann. Auf dieser Flucht, die Fritz Hamann da begeht, lernt er Hans Granz kennen. Der ist damals 18 Jahre alt und die beiden verlieben sich prompt ineinander. Das Leben auf ewiger Flucht ist jedoch unglaublich anstrengend und die beiden müssen sich ja immer vor der Polizei verstecken, sind immer geladen, immer unter Spannung und deswegen kommt es zu unglaublich vielen Streitereien, was irgendwann dazu führt, dass die Vermieterin der Wohnung, wo die beiden da gerade hausen, irgendwann die Polizei ruft. Die sagt, ich kann das nicht mehr, holen Sie die Jungs ab, wirklich, die sind mir hier zu viel, die sind mir hier zu laut, tun Sie was. Und die Polizei kommt und als sie erkennen, wen sie da vor sich haben, dass es der Geflüchtete Fritz Hamann ist, buchten sie ihn direkt ein. Aber nachdem Hamann seine Strafe abgesessen hat, wird er wieder bei der Polizei eingestellt. Er wird wieder als Spitzel für sie arbeiten. Und abgesehen davon hat er auch nur wenige Monate absitzen müssen, dafür, dass die Freunde von Friedel ihn ja als Tatverdächtigen des Mordes hielt. Aber naja. Nachdem Fritz Hamann wieder auf freiem Fuß ist, zieht er mit seinem Hanskranz zusammen. Und die beiden beginnen eine langjährige, aber aggressive und turbulente Beziehung miteinander. Oft streiten sie, oft passieren Dinge, die nachher keiner von den beiden zu erklären weiß. So verschwindet zum Beispiel einmal ein kleiner Junge. Und nachdem das passiert, ist die Wohnung der beiden wie leergefegt. Komplett, komplett ausgeräumt. Aber sie sagen, sie wollen nichts mit dem Verschwinden des Kindes zu tun gehabt haben. Hamann jedoch sagt der Polizei dann, dass sein, ja, sein Lebensgefährter, Hanskranz, etwas mit dem Verschwinden zu tun gehabt habe. Also er verpetzt ihn sozusagen oder will ihn irgendwie anschwärzen. Dieser hat aber ein Alibi, da er zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis saß. Ihr merkt, da haben sich zwei gefunden. Zwei Monate später wird der vermisste Junge tot aufgefunden und man findet in seinem Hals steckend ein Tuch mit dem Monogramm von Hanskranz. Da Kranz jedoch ein Alibi hat, sagt er nun, es sei Fritz Hamann gewesen. Der Polizei fehlen hierbei anscheinend jedoch die Beweise oder sonstiges. Auf jeden Fall kommt es zu keiner Verhaftung und der Fall rückt in Vergessenheit, während Fritz Hamann weiter fröhlich für die Polizei arbeitet. Und die Beziehung von Hans und Fritz geht natürlich auch weiter. Also, wie gesagt, sehr turbulent, aber vielleicht war es ja das, was die beiden, ja, gebraucht haben irgendwie. Eine große Frage in diesem Fall ist, wie viele Opfer hat es wirklich gegeben? Die Aussagen dazu sind unterschiedlich. Je nach Quelle, aber auch je nachdem, was Fritz so von sich gegeben hat. Und deswegen wissen wir nur, dass er fünf Jahre nach diesem Mord ein nächstes Verbrechen begangen hat. Was dazwischen passiert ist, das weiß nur Fritz Hamann. Der 17-jährige Fritz Franke trifft nämlich damals auf Fritz Hamann in Hannover. Das Ganze passiert am Hauptbahnhof und Hamann versucht ihn in seine Wohnung zu locken. Es würde einen netten Abend dort geben, einen kleinen Umtrunk und Hanskranz sei da und zwei Freundinnen. Der Abend läuft soweit ganz entspannt, doch als Hanskranz und die Freundinnen die Wohnung verlassen, tötet Hamann Fritz Franke mit einem Biss in den Hals. Laut einer Aussage von Fritz Hamann kam Hanskranz kurz darauf wieder in die Wohnung zurück. Und als er ihn mit dem toten, jetzt nackten Jungen dort gesehen hat, habe er nur gefragt, wann er denn wiederkommen soll. Und als die beiden Frauen, die an dem Abend ja auch dabei waren, später einmal nach dem Jungen, nach Fritz fragen, sagt Fritz Hamann nur, ach ja, der ist gefahren. Die Frauen jedoch glauben ihm das nicht und finden außerdem die Kleidung von Fritz Franke in der Wohnung Hamanns. Das ist etwas, was sie der Polizei sagen, aber auch hier werden keine weiteren Schritte eingeleitet. Die Polizei sagt, dafür gibt es zu wenig Beweise. Und während Fritz Hamann den Schutz der Polizei genießt, als Spitzel der er ist, fängt seine Mordlust an, größer und größer zu werden. Immer wieder lockt er Jungs zu sich, sagt er sei Kriminalbeamter und bietet gerade Kindern, kann man sagen, Schutz und Wärme und eine Wohnung, nur um sie dann dort zu vergewaltigen und immer mit seinem brutalen Biss in den Hals zu töten. Zu diesem Biss gab es übrigens auch verschiedene Aussagen. Manche sagen, es wäre gar nicht möglich, jemanden durch so einen Biss zu töten. Andere bestehen wiederum darauf. So oder so war es unglaublich brutal und grausam, was Fritz Hamann mit seinen Opfern angestellt hat. Die Nachbarn werden langsam misstrauischer. Immer wieder verschwinden junge Männer in der Wohnung und werden danach nicht mehr gesehen. Man sieht sie in die Wohnung reinlaufen, aber hat jemand schon mal gesehen, wie sie wieder rausgekommen sind? Und so fangen die Nachbarn an, darüber zu tuscheln und sich ihren Teil zu denken. Außerdem wundert es die Nachbarn, dass Fritz Hamann plötzlich mit dem Fleischhandel anfängt. Sie bemerken, dass Fritz die Wohnung immer mit kiloweise Fleisch verlässt, aber nie welches in die Wohnung reinträgt. Hamanns Vermieterin probiert damals ein paar der Würste, die er verkauft und ihr würdet unglaublich schlecht danach. Als sie merkt, dass das von den Würsten gekommen ist, fragt sie ihn, was das denn für Fleisch gewesen sei. Er sagt, ach, das war Billigfleisch, daher kommt das, es war scharf. Die Leute bleiben jedoch misstrauisch. Ihr müsst das Ganze natürlich auch im zeitlichen Kontext sehen, denn zu der damaligen Zeit war es einfach nicht die Norm, dass jemand das Geld hatte, kiloweise Fleisch anzukaufen und wieder zu verkaufen. Das war damals ein dermaßen kostbares Gut und dass Hamann da plötzlich einen Handel eröffnet hat, hat viele Fragen aufgeworfen. Außerdem erzählt er immer wieder neue Geschichten, woher das Fleisch kommen würde. Aber am Ende bleibt ungeklärt, was es jetzt genau war. Obwohl die Vermutung schon in eine ganz besondere Richtung geht. Ihr versteht. Irgendwann wird Hamann dabei beobachtet, wie er einen schweren weißen Sack in einen Fluss wirft. Er wolle irgendwas loswerden. So hat es ausgesehen. Und jemand, der ihn dabei beobachtet hat, schaltet die Polizei an und sagt, guckt euch diesen Mann an. Mir gehen hier gerade alle, alle Radare los, alle Alarme springen an. Hier ist was los mit dem. Und die Polizei durchsucht wieder einmal seine Wohnung. Die ist aber wie immer klinisch sauber. Nichts zu finden. Und damit lassen sie ihn von dannen ziehen. Das Ganze wird Hamann jedoch trotzdem ein bisschen zu kritisch. Und so beschließt er, mit Hans Kranz in eine andere Wohnung zu ziehen. Und dort geht das Morden weiter. Mittlerweile tötet er fast einmal pro Monat. Und ich habe dazu gehört, dass es daran liegen kann, dass dieser Kick, den er das erste Mal hatte, wo er ja auch danach ganz lange Zeit nicht mehr gemordet hat, dass der irgendwann verschwunden war. Er hatte sich so an das Morden gewöhnt, dass der Kick, den er davon bekommen hat, nur noch für eine kürzere Zeit anhielt. Dass er immer wieder mehr davon gebraucht hat. Und mit seiner Arbeit als Spitzel konnte er die Polizei natürlich auch ein bisschen lenken. Immer wieder lieferte er falsche Beweise und führte sie auf eine falsche Fährte. Und die Polizei denkt, wahnsinnig toller Typ. Der liefert ihr uns am laufenden Bande irgendwelche Beweise. Grandios. Keiner wollte daran denken, dass Fritz Hamann ein schlechter Mensch war. Eines Tages entschließt sich Fritz Hamann dazu, nicht einen, sondern gleich drei Jungs auf sein Zimmer zu locken. Heinrich Struss, Paul Bruniszewski und Richard Gräf. Er vergewaltigt und ermordet alle drei. Zwei Monate später begeht er bereits den nächsten Mord. Ihr merkt, er ist größenwahnsinnig. Er braucht diesen Kick immer und immer wieder und er wird immer unvorsichtiger. So verhaftet er eines Tages einen gewissen Wilhelm Erdner. Er sagt, er sei Kriminalbeamter und der Wilhelm hätte etwas Falsches getan. Er müsste ihn jetzt verhaften. Doch anstatt ihn aufs Revier zu bringen, bringt er ihn in seine Wohnung. Dort tötete er Wilhelm. Er ist jedoch bei dieser Verhaftung beobachtet worden. Und das sogar von den Eltern des Opfers. Die daraufhin natürlich sofort zur Polizei gehen, sagen, was sie gesehen haben. Doch nichts passiert. Die ganze nächste Zeit ist von grausamen Morden dieser Art geprägt. Und Hannover bekommt es langsam mit. Die Leute können die Augen nicht mehr verschließen. Auch wenn es am Anfang Einzelfälle waren, die keinen wirklich interessiert haben, sind wir mal ehrlich. So häufen die sich jetzt. Und es ist die Rede vom Werwolf von Hannover. Ein Werwolf, der kleine Jungs tötet. Und Haman, der das Morden immer und immer mehr genießt, fängt an, sich Trophäen von den Opfern zu behalten und in seiner Wohnung aufzustellen. Kleidungsstücke, Schuhe. All solche Sachen behält er, um sich immer und immer wieder an seine Taten zu erinnern. Endlich. Endlich machen die Medien und die Öffentlichkeit auf das Verschwinden der Jungs aufmerksam. Langsam sind die Nachrichten voll von den Geschichten der vermissten Jungs. Und die Geschehnisse häufen sich. So finden im Mai 1924 zum Beispiel zwei Kinder einen Schädel, als sie unten am Flussufer spielen. Immer mehr Familien erzählen die Geschichten ihrer Jungen, die plötzlich verschwunden sind. Zwei Wochen nach dem Schädelfund wird ein Sack voller Knochen gefunden. Der Druck auf die Polizei wächst zunehmend. Diese unternehmen jedoch immer noch nichts. Alleine im Jahr 1924 hat Haman 13 Jungen und junge Männer ermordet. Und das sind nur die Fälle, von denen wir wissen. Und die Frage ist natürlich, warum hat sich die Polizei so wenig dafür interessiert? Viele vermuten, dass es an einer homophoben Gesinnung gelegen haben könnte. Es handelte sich immer um Jungs und junge Männer. Vor allen Dingen um homosexuelle junge Männer, die da verschwunden sind. Und das war für die Polizei Grund genug, diese Fälle einfach zu ignorieren. Als wären diese Fälle es nicht wert gewesen, um weiter zu recherchieren, um weitere Untersuchungen anzustellen. Irgendwann kann man die Hinweise auf Haman nicht mehr ignorieren. Es sind so viele, jedoch will die Polizei es nicht glauben, dass ihr geliebter Spitzel Fritz was damit zu tun haben könnte. Jedoch müssen sie damit anfangen, ihn zu beschatten. Sie können nicht länger weghören. Und schon bald beobachten sie ihn dabei, wie er am Hauptbahnhof anfängt, einen kleinen Jungen anzusprechen. Die beiden streiten sich. Und als die Polizei dazwischen geht und die beiden dann auf die Bahnhofswache bringt, sagt Haman, Ja, ich habe ihn erwischt. Er hatte gefälschte Papiere dabei. Verhaftet ihn! Und der Junge sagt, nein, das ist nicht der Grund, warum wir streiten. Der Mann hier, Fritz Hamann, hat mich in seiner Wohnung festgehalten und vergewaltigt. Tagelang tun sie was. Und tatsächlich, man kann es kaum glauben, erreicht der Polizei diesmal der Verdacht, um Fritz Hamann endlich zu verhaften. Als sie seine Wohnung dann noch einmal durchsuchen, bemerken sie, dass seine Matratze und der Boden, vor allen Dingen die Rillen zwischen den Balken, blutgetränkt sind. Außerdem kann man viele seiner Trophäen, also die Kleidungsstücke der Opfer, den Opfern auch zuteilen. Immer mehr Menschen sagen, das ist doch die Jacke von meinem Sohn. Die Schuhe, die haben meinem Bruder gehört. So kann zumindest ein Teil der Opfer identifiziert werden. Hamann, der mittlerweile in Haft sitzt, sagt, er habe die Sachen auf dem Schwarzmarkt gekauft. Als man jedoch dann einen Anzug findet von einem gewissen Fritz Wittig, das ist der Mann, dem der Schädel gehört hat, den die Kinder am Flussufer gefunden haben, ist es eindeutig und selbst Hamann kann sich an dem Punkt nicht mehr aus der Affäre ziehen. Hamann wird jetzt verhört und später sagt er, man habe ihn erpresst. Also man habe ihn, ja, man weiß nicht genau, was passiert ist, aber die Verhörungsmethoden waren wohl ruppig. Ja, jedoch ist dabei wohl rausgekommen, dass Hamann gesagt hat, er könne für all das nicht so wirklich was, da er diesen unbändigen sexuellen Trieb hat. Ein Trieb, der ihm zu all dem gebracht hat und das sei gar nicht er gewesen. Aber er gibt auf jeden Fall viele Morde zu, sogar einige Morde, von denen die Polizei gar nichts wusste. Also er exposed sich da sozusagen selber. Im Juli 1924 wird Hamann dann, der damals 45 Jahre alt ist, wegen Mordes an 27 Jungs und Männern angeklagt. Zunächst behauptet er übrigens, dass Hans Kranz an all diesen Taten beteiligt war. Diese Aussage zieht er jedoch später zurück. Außerdem streitet er ab, Menschenfleisch verkauft zu haben. Das sieht die Öffentlichkeit jedoch anders. Er sagt, 14 Morde, daran könne er sich noch erinnern. Der Rest, das wüsste er nicht mehr. Und das finde ich so respektlos, dass er darüber redet, als wäre das etwas, was man einfach vergisst. Er hat da Jungs das Leben genommen und redet darüber, als könne er sich halt nicht mehr daran erinnern, was er letzten Mittwoch so gemacht hat. Außerdem beharrt er weiter darauf, Sklave seiner Triebe zu sein. Er sei nicht bösartig. Er habe niemanden verletzen wollen. Er sei ein Wohltäter für obdachlose Jungs gewesen. Fritz Hamann wird zum Tode verurteilt. Tod durch die Guillotine. Am 15. April 1925 fährt er zu seiner Hinrichtung und auf dem Weg dorthin wirft er einen Brief aus dem Fenster. Der Brief geht an seinen Vater und darin steht auch, dass Hans Kranz unschuldig sei. Dieser wird daraufhin wegen Beihilfe zum Mord angeklagt und für zwölf Jahre inhaftiert. Nach einigen Jahren kommt er unter den Nazis in ein KZ, welches er jedoch lebendig verlassen wird. Und so kehrt Hans Kranz dann zurück nach Hannover. Dort stirbt er in 1975. Hamanns Kopf wurde nach seiner Hinrichtung am 15. April zur Forschung bereitgestellt. Dieser liegt in der Göttinger Universitätsklinik. Und so schließt sich ein super gruseliger, kalter, grausamer Fall. Ich finde es manchmal so schwer vorstellbar, dass all das passiert sein soll. Vor allen Dingen, wenn es um deutsche Städte geht. Denn ich habe einen gewissen Bezug zu Hannover. Ich war nicht oft da, aber ein Teil der Familie kommt von dort. Und bei der Recherche dann auf Straßennamen zu stoßen, über den Hauptbahnhof nachzudenken, alles Orte, die man kennt, gerade als Hannoveraner werdet ihr sie kennen. Und sich dann vorzustellen, dass sich dieser Fritz Hamann, dieser Werwolf, da rumgetrieben hat, ist eine super gruselige Vorstellung, die ich irgendwie nicht verarbeiten kann. Ich weiß nicht, das geht nicht in meinen Kopf rein. Es fühlt sich einfach an wie eine Horrorgeschichte. Aber man muss sich vor Augen halten, dass es dabei um echte Menschen ging. Und das würde mein Gehirn, glaube ich, nie richtig verstehen. Naja, ich hoffe, es geht euch gut. Und ich hoffe, bei euch ist alles in Ordnung. Und ich wünsche euch von Herzen einen schönen Abend. Passt auf euch auf. Lasst euch in keine dunklen Gassen reinlotsen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.